Yoga Mental, die neuen Gesundheitswege, frisch aus der Alltagspraxis vom Team Mental Power for You. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, heute mit einem Rückblick auf die letzten Wochen. Vorgehensweise, wie arbeitet ein Mentalcoach konkret? Neue Erkenntnisse meiner Arbeit und ich möchte gerne die Möglichkeit nutzen, Dir hier im Podcast die drei Basisschritte der Vorgehensweise genauer zu erläutern. Die Frage kommt immer und immer wieder und nein, es ist kein Hokuspokus, sondern die Techniken basieren auf den weltweit fortschrittlichsten im Veränderungs- und Coaching-Konzept-Bereich. Spannende 15 Minuten erwarten Dich jetzt. Wie immer freue ich mich natürlich über Dein Feedback oder Dein Like, eine Weiterempfehlung zu diesen gesunden Methoden und Techniken. Starten wir direkt, warum diese Alternative so unglaublich erfolgreich und gesund ist und wie. Aus meinen Veranstaltungen und Vorträgen in Prag und diversen Seminaren in Frankfurt und Schweinfurt und weiteren kleineren Veranstaltungen habe ich ein megagroßes Interesse für meine Arbeit ernten dürfen. Wie, was machst Du? Das ist ja der Wahnsinn. Alle Menschen müssen das erfahren. Das finde ich sensationell. Das finde ich so wertvoll und nachhaltig. Tja, und letztlich ist es ganz einfach, weil sie ganzheitlich wirken, die Methoden und Vorgehensweisen. Also anders als bei den konventionellen Methoden gehen wir hier immer auf Dein gesamtes System ein. Was meinst das genau? Nun, es gibt ja die körperliche, mentale Ebene und Dein Ursprung, Deine individuelle Vergangenheit und Dein individuelles Umfeld. Und wir reagieren, agieren nur zu zwei Prozent mit unserem Bewusstsein. Und auch da schicken wir vorab einen Gedanken los. Beispiel, um unseren rechten Arm zu heben, denkst Du das vorher, dann passieren viele körperliche Abläufe, um Deinen rechten Arm zu heben und die gewünschte Handlung zu vollziehen. Doch was ist mit den 98 Prozent Unbewussten? Also was ist mit Deinem Unterbewusstsein? Und da sind sämtliche positiven und negativen Erfahrungen in Deinem Leben gesammelt und gespeichert. In einem, ja, ich nenne es gerne Megacomputer. Semantisch fragt dieser Megacomputer permanent gesammelte Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen ab und gibt Dir eine unbewusste Einschätzung, die sich wiederum Deine bewusste Handlung auswirken. Du kennst bestimmt solche Situationen, ein Mensch ist Dir total unsympathisch und Du weißt gar nicht warum. Naja, okay, das hört sich vielleicht kompliziert an, aber nehmen wir doch mein Lieblingsbeispiel. Denn Beispiele helfen da enorm. Siehst Du mit den Augen oder hörst Du, wie der Computer die Fehler ausliest? Was Du siehst in einem Display oder in einem Protokoll. Dein Verstand sagt Dir, ein Programm macht das. Genau, ein kompliziertes, geschriebenes, programmiertes Programm. Und genauso ein wissenschaftlich und kompliziertes Programm, das auf weltweit den neuesten Erkenntnissen entwickelt wurde und ständig weiterentwickelt wird. Ja, mit so einem System-Programm-Methode, nenne es wie Du willst, arbeite ich, um Dein System ganzheitlich auszulesen. Ständige Weiterbildungen ermöglichen das. Und das erklärt letztlich auch den Preis, der dafür angesetzt wird. Also kommen wir zurück zum Beispiel das Auto. Jeder kennt das. Die Anzeige im Display, Öl, leuchtet, blinkt auf. Was machst Du? Ja, nun, Du fährst zur nächsten Tankstelle, Werkstatt und lässt Öl nachfüllen oder machst es selber. Die Anzeige erlischt und das Auto fährt. Super! Auf körperliche Probleme übertragen ist die Geschichte dann meist so. So, Du hast Rückenschmerzen. Was machst Du? Die meisten meiner Kunden haben Schmerztabletten oder Wärmepflaster Salm genommen und hoffen, dass die Schmerzen schnell aufhören. Stimmt's? Kannst Du das nachvollziehen? Auch schon mal erlebt? Ja, um zum Beispiel, Autobeispiel zurückzukommen. Diese Handlung wäre vergleichbar so, als wenn Du einen Aufkleber nimmst, diesen Aufkleber auf die Anzeige, also im Display Öl klebst und weiter Auto fährst. Du siehst ja die Anzeige nicht mehr und das Problem siehst Du auch nicht mehr, weil ja der Aufkleber da drüber ist. Und was passiert? Ja, das Auto fährt noch eine gewisse Zeit weiter. Dann bekommt der Motor größere Probleme bis hin zum totalen Stillstand. Ohne ausreichend Schmierung der Laufflächen, der Kolben, der Zylinder entsteht Reibung und damit auch Hitze. Also alle beweglichen Bauteile des Motors verschleißen und gegebenenfalls überhitzen. Große und dann auch noch teure Motorschäden entstehen. Also, zurück. Genau ist es auch mit Deinem Körper. Deine Rückenschmerzen ist ein Hinweis auf ein Problem, was Rückenschmerz als Hinweis im Display erzeigt, also im betragenen Sinn. Genau wie die Öllampe auch im Auto. Zukleben hilft Dir eventuell eine kurze Zeit. Die Frage stellt sich ja, warum Du Rückenschmerzen hast. Mal ausgenommen, Du bist gerade gestürzt und aufgrund dessen akute Rückenschmerzen hast. Ja, eine Auflöstung der möglichen Störungen würde hier den Podcast-Rahmen bei weitem sprengen. Dennoch ein kleiner, ja aber wirklich kleiner Einblick. Also, die Wirbelsäule ist das zentrale, tragende Konstruktionselement aller Wirbeltiere. Beschwerden der Wirbelsäule basieren in den meisten Fällen auf einem zentralen Selbstwertkonflikt und Persönlichkeitskonflikt. Das sind zum Beispiel Überforderungen, kann die Last XY nicht mehr tragen, wenig kein Vertrauen zu sich selbst, Sorgen, Partnerschaftsprobleme, Kontaktprobleme, Unsicherheit, Schwäche, Ängste, Loslassprobleme der Vergangenheit, wie mit Eltern, Ehepartnern, Beruf, Arbeit, Besitz, ja sogar Sexualprobleme, fehlende Geborgenheit und Schuldgefühle und so weiter. Hm, man sagt ja auch nicht umsonst. Na, wie schwer ist denn Dein Rucksack, dass Du so schlimme Schmerzen hast? Was mache ich im Mentalcoaching? Ich gehe alle im Bezug stehenden Felderthemen durch und repariere diesen. Und wie das geht? Tja, bleiben wir beim Beispiel. Also, jeder kennt ja in der Autowerkstatt die neuen Computer. Die teuren neuen Computer. An die werden die Autos angeschlossen und dann wirft dieser Computer eine gesamte Liste aller Probleme, also eine Fehlerdiagnose aus. Der Mechaniker kann sich jetzt den einzelnen Problemen, Themen widmen, Teile ersetzen, Wackelkontakte fixieren und so weiter. Nach getanen Reparaturen löscht er die alten Fehlermeldungen und startet einen erneuten Durchlauf. Eben so lange, bis nichts mehr angezeigt wird. Genau so arbeite ich als Mentalcoach mit Dir. Mit Deiner individuellen angezeigten Fehlermeldung. Ich gehe alle Felder ganzheitlich durch, die eine Störung anzeigen und repariere, also neutralisiere Fehler, also in diesem Fall Störungsmeldung. Und ja, dabei kann auch mal der Hinweis auf mehr Bewegung und Muskelaufbau des Rückens zusätzlich herauskommen. Einige meiner Kunden sind nach dem Mentalcoaching zu Orthopäden gegangen, haben sich endlich mal Einlagen anfertigen lassen oder tragen unterstützend spezielle Hemden und Shirts. Doch zurück. Konkret, wie arbeite ich im Mentalcoaching? Das basiert auf drei Säulen. Basis 1 bis 3. Fang mir mit der ersten Basissäule 1 an. Die beinhaltet eine detaillierte Aufnahme Deines Falls Beschwerdeproblemen. Ein Online-Anamnese-Fragebogen. Aufstellung Deines Beziehungsnetzwerkes. Dazu gebe ich Dir Vorlagen, die Du dann umsetzen kannst. Dann startet die mentale Bearbeitung Deines Falls mit dem Clearing, nenne ich das, Alter angesammelter Strukturen, Blockaden in Deinem Informationsfeld. Dann folgt die Auflösung der angezeigten, vorhandenen Blockadenstörungen in Deinem Informationsfeld. Und Du bekommst ein Analyseprotokoll individuell, das sind dann 1 bis 15 A4 Seiten, also eine Auswertung Deiner Blockaden und Störungen. Eine Zusammenfassung. Mit dieser Basisarbeit werden schon mehr als 40% Deiner Beschwerden Themen verringert. Dann geht's in die Säule 2, Basis 2. In diesen Gesprächen werden via Zoom oder Telefonaten gefundene Traumata, Ängste mittels spezieller individueller Methoden bearbeitet. Du als Kunde bekommst von mir eine genaue Anleitung, diese vorhandenen Themen aufzuarbeiten. Da ist natürlich Deine aktive Mitarbeit gefragt. Ziel dieser Gespräche ist es, tiefer in Dein Thema einzusteigen und diese endgültig aufzuheben. Es folgt die Besprechung des Verlaufs und der Verbesserung. In der Säule 3, Basis 3, Mental Vision oder Vision Coaching, ja, das ist für mich eine der wichtigsten Teile. Ich arbeite mit meiner Arbeit so. Also, ich durfte feststellen, dass nahezu 100% meiner Kunden keine konkreten Ideen, Visionen oder Lebensziele mehr haben. Auf die Frage, auf die konkrete Frage kommt dann quasi das ganze Alphabet. Ähm, I, O, U, ähm, ja, hm. Und das ist aus meiner Sicht und Erfahrung das Thema überhaupt. Das Leben nach Sinn und Unsinn zu fragen. Tja, und in diesem Vision Coaching werden vorhandene Ziele, Visionen gefestigt, sofern sie vorhanden natürlich. Oder, ja, und das ist die Hauptarbeit, Ziele werden mal konkret erarbeitet, formuliert und niedergeschrieben. Du als Kunde bekommst von mir eine genaue Anleitung, wie Du Deine Ziele in den unterschiedlichsten Lebensbereichen klar definieren sollst, kannst. Und auch da ist natürlich Deine aktive Mitarbeit zwingend erforderlich. Ziel dieser klaren Zielsetzung, schönes Wortspiel, sind die in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, ist es natürlich, Dein Leben konkret auf die Gegenwart und die Zukunft auszurichten, um Deine persönlichen individuellen Ziele auch zu erreichen. Da sind dann so Tools wie Vision Board erstellen. Du erarbeitest an Deiner oder erarbeitest an Deiner Zukunft, wie dies aussehen soll. Ich bereinige zwischenzeitlich, also bereinige, bearbeite sämtliche Störungen und alles, was Dir in den letzten Jahren seit dem Kindergarten oder auch schon viel vorher abtrainiert wurde und zwar konsequent abtrainiert wurde. Kannst ja mal überlegen, wie viel Neins man so im Leben sammelt. Ja, warum Ziele, Visionen, Lebensaufgaben so wichtig sind, das erläutere ich Dir gerne ausführlich in dem nächsten Podcast, in einem der nächsten Podcasts von Yoga Mental neue Gesundheitswege. Sei gespannt. So, ich freue mich, Dir hier in Kürze weitere Themen vorzustellen. Danke für Dein Zuhören, Deine Zeit, Dein Like und auch Deine Weiterempfehlung, Dein Abo für diesen gesunden Kanal. Yoga Mental neue Gesundheitswege, Deine Martina vom Team Mental Power for You. Weiterempfehlung.